Moin liebe Insider und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe Liga Insider Daily mit mir, dem Max. Und bevor das Ganze losgeht, ein kleiner Appell an euch, denn das Ganze soll ja ein Ding zwischen uns werden. Deswegen freue ich mich natürlich über jegliche Interaktion unter den Videos. Also lasst uns gemeinsam Themen erörtern, gemeinsam darüber diskutieren und über ein Abo auf YouTube, da würden wir uns natürlich auch freuen. Also schaut da unbedingt vorbei. So, und jetzt zurück ins Video. Ich habe es ja gestern schon angekündigt. Heute gibt es was Besonderes. Wir pausieren unseren Liga-Check und widmen uns heute der vielleicht wichtigsten Position im Fußball, und zwar den Keepern. Heute gibt es unsere Top 6 der besten Bundesliga-Torhüter bis jetzt, auf Basis von dem, was unsere Analysten da so herausgesucht haben. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und bevor wir rein starten mit unserem offiziellen Ranking, wollen wir erstmal schauen, was ihr so denkt. Denn ihr konntet abstimmen. Wer war für euch der beste Bundesliga-Keeper der bisherigen Saison? Und da uns eure Meinung natürlich extrem wichtig ist, schauen wir uns das erstmal an. Und da möchte ich natürlich direkt mal Missverständnisse aus dem Weg räumen und euch erklären, was für unsere Auswahl ausschlaggebend war. Und das sind natürlich jetzt nicht Kick-Base-Punkte oder so. Ist ja klar, sonst wäre es einfach, sonst könnten wir einfach alles auflisten und da hat ja auch kein Mensch was von. Wichtig für uns waren so Basiswerte, also sowas wie gehaltene Schüsse, Rauslaufen, weiße Westen, Strafraum, Beherrschung, Spielaufbau, wie viele Großchancen wurden vereitelt. Also all solche Dinge. Und anhand dieser Kategorien hat sich dann eben unser Ranking und auch die Auswahl der Kandidaten eben ergeben. Viele von euch haben sich gefragt, in den Kommentaren, wo ist ein Kevin Trapp, wo ist ein Oliver Christensen? Und verdammt nochmal, wo ist Manuel Riemann? Sebastian Baune zum Beispiel hat geschrieben, kannst du dir nicht ausdenken, Riemann spielt überragend, hält unter anderem 5 Elfer und taucht nicht einmal in dieser Liste auf. Ja, so ganz stimmt das nicht. Klar, Riemann hatte 10 Elfer gegen sich, 3 davon gehalten, 2 davon gingen daneben, das gehört zur Wahrheit nämlich dazu. Und wenn man das mal vergleicht mit der Leistung aus der letzten Saison, dann war das einfach nicht so stark. Dazu kommen noch 3 fette Fehler vor Gegentoren oder eben großen Torchancen und deswegen hat es am Ende des Tages dann einfach nicht gereicht. Wir gucken aber jetzt mal drauf, Gott, das dauert jetzt ewig bis ich oben bin, wie euer Ranking ist. Hier, also, ganz knapp gewonnen, Rafa Giekewitz mit 22,8% vor Jan Sommer und Gregor Kobel und Marc Flecken teilen sich den dritten Platz. Und wie unser Ranking jetzt aussieht und ob das deckungsgleich ist mit dem, was ihr da gemacht habt, darauf schauen wir jetzt. Ja, ihr könnt schon sehen, wir sind drin in unserem schönen Liga-Insider-Interface, haben uns da so den eigenen Tiermaker so ein bisschen erstellt. Und bevor es reingeht in unsere Top 6, gibt es noch die ein oder andere, ich sag mal, ehrbare Nennung, die es nicht reingeschafft hat in die Auswahl. Und das ist zuallererst Oliver Christensen von Hertha BSC. Der war vor allen Dingen für unsere Analystin Susi, die kennt ihr vielleicht aus dem Podcast, eine mega Überraschung. Und ich finde auch, der ist ein extrem guter Rückhalt für Hertha in dieser Saison, ist aber fußballerisch immer noch ein bisschen wackelig hier und da. Und deswegen hat er es dann am Ende des Tages, auch wenn es traurig ist, für One Berlin nicht bei uns reingeschafft. Auch Marc Flecken nicht dabei, der teilt sich bei euch ja sogar den dritten Platz mit Gregor Kobel. Und bevor ich da meinen Senf zugebe, möchte ich euch zeigen, was Jose Dor dazu geschrieben hat. Der sagt nämlich, Flecken gehört für mich zu den Besten. Klar, wegen seinem Bock haben sie gegen Dortmund verloren und er war auch nicht dabei bei der Nationalmannschaft. Aber er hat sich bärenstark entwickelt, hat eine gute Hinrunde gespielt, sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League. Und das stimmt auch, da bin ich voll bei Jose Dor. Trotzdem war das nicht nur ein Patzer, sondern noch zwei, drei mehr. Dazu hat er eine starke Defensive, das heißt, die schaufeln da auch nochmal einiges weg. Und ja, er ist zwar Top-6-Material, aber hat es bei uns tatsächlich nicht reingeschafft. Damit sind wir drin in unserer Liste und wir starten direkt mit der Nummer 6 und das ist Frederik Rönneau. Der hatte viermal zu null gespielt in seinen elf Einsätzen, wo er denn auch gespielt hat. Dabei nicht einen Fehler und vor allen Dingen hat er den Liga-Bestwert aufgestellt für die meisten gehaltenen Schüsse pro Spiel. Außerdem hat er laut Statistik den Berlinern 20% der Gegentore erspart. Und vor allen Dingen, Leute, sind wir mal ehrlich, hat er endlich seine Chance genutzt. Leute, wie oft war der schon Ersatzkeeper in den letzten Jahren? Bei Eintracht Frankfurt, beim FC Schalke, dann bei Union Berlin und jetzt hat er eben seine Chance bekommen, hat die genutzt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, spielt das natürlich auch eine kleine Rolle in diesem Ranking. Und jetzt traue ich mich gar nicht so recht weiter zu sprechen, denn jetzt wird's brisant. Unsere Nummer 5, Manuel Neuer. Der ist bei den Analysten tatsächlich sehr hoch im Kurs, bei der Redaktion und der Community eher nicht so. Das beweist auch der Kommentar von Bavaria Fantastica. Sorry, aber wie kann man diese Hinrunde Neuer mit ins Voting nehmen? In meinen Augen einer der Unsicherheitsfaktoren in der schwierigen Phase beim Bayern. Viele Fehler und bei weitem nicht mehr der Neuer, der er mal war. So, und jetzt komm ich. Denn wenn man sich alle Spiele der Bayern anschaut, dann weiß man, wie wichtig Manuel Neuer eigentlich für den Rekordmeister ist. Hat die Bayern laut Statistik vor 25% mehr Gegentoren bewahrt, das ist die Liga-Bestwert und hält 52% der Großchancen. Auch da steht er auf Platz 2 im ligaweiten Vergleich. Die Bayern schießen einfach so viele Tore, dass das oft gar nicht ins Gewicht fällt, wie gut der eigentlich ist. Und dann kommt noch dazu, dass der mit dem Ball am Fuß immer noch, ja wahrscheinlich der Beste auf der ganzen Welt ist. Also ist der elfte Mann im Spiel der Bayern, ist das ein Wahnsinnsfaktor. Man darf natürlich seinen Fehler am ersten Spieltag nicht vergessen, aber trotzdem macht er eine wahnsinnig gute Saison. Das Ganze ist jetzt aber sowieso hinfällig, der hat sich ja verletzt beim Skitouren gehen. Ja, trotzdem unser Platz 5 und wir wissen jetzt, Skifahren ist gefährlich. Unser Platz 4 ist Gregor Kobel. Und was soll ich euch sagen, der hat dieses Jahr geisteskrank gehalten teilweise. Gerade gegen Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Und vor allen Dingen gegen die SGE. Also es war crazy. Es war wild, was der da rausgeholt hat. Meines Erachtens Welttorhüter Material, wenn ihr mich fragt. Was gibt es noch zu sagen zu Gregor Kobel? Der hatte 5x zu 0 gespielt in 11 Spielen. Aber bei den gehaltenen Großchancen nur auf Platz 4. Und laut Statistik hat er die Dortmunder nur vor 10% mehr Gegentore bewahrt. Also kein Manuel Neuer Niveau. Das muss man hier an der Stelle einfach mal so festhalten. Einen fetten Patzer gab es auch gegen Union Berlin. Der wurde richtig teuer hinten raus. Und ich denke, wenn man das alles zusammennimmt, dieses große Paket, dann ist Platz 4 schon gerechtfertigt. Aber eins muss man sagen, die Dortmunder haben endlich mal wieder einen richtigen Kracher hinten drin. So, wir sind bei der Top 3 und da hat El Serpiente ein gutes Gefühl. Denn er wirft Köhn-Kastels ins Rennen, der seiner Meinung nach nur nie auffällt, weil er unspektakulär hält, aber ein bombensicherer Rückhalt ist. Für seine Sicht auf 2-Jahres-Sicht sogar besser als Manuel Neuer und er ist Bayern-Fan. Wann hatte der das letzte Mal einen Bock dabei? Das frage ich mich auch. Also, dem kann ich mich nur anschließen. Köhn-Kastels, unser Platz 3, ist bei Analysten hoch im Kurs, bei uns hoch im Kurs, in der Redaktion hoch im Kurs und bei allen Statistiken jeweils vorne mit dabei. Also, wie gesagt, Köhn-Kastels Platz 3. Wer jetzt 1 und 1 zusammenzählt, der weiß, so viele Torhüter sind nicht mehr übrig und ich lasse euch nicht weiter zappeln. Eure Nummer 1 ist unsere Nummer 2 und zwar Rafa Gikiewicz. Der war ja schon fast weg vor der Saison, weil die Augsburger den loswerden wollten und was der dann abgezogen hat, war unglaublich. 2 gehaltene Elfmeter, dazu Platz 1 bei den meisten abgewährten Schüssen und den meisten parierten Großchancen und diese 3 kranken Spiele gegen Bayern, Leverkusen und Werder Bremen. Die Bremen-Fans werden sich erinnern, dieses Techtel-Mächtel da nach dem Elfmeter, aber das braucht er anscheinend und ich sage euch ehrlich, ich finde das richtig cool. Der Fehler gegen Union Berlin, der hat ihm so ein bisschen das Genick gebrochen und den ersten Platz gekostet, aber ich denke Platz 2, das kann sich auch sehen lassen. Damit bleibt ja nur noch einer übrig und das ist unsere Nummer 1, Jan Sommer. 22% weniger Gegentore hat die Borussia kassiert aufgrund ihres Schlussmannes und dazu hat er die vollen 100 Punkte abgesahnt bei seinem Monsterspiel gegen den FC Bayern beim Liga-Insider-Ranking. Dem hat eben die letzten Jahre immer so ein bisschen die Konstanz gefehlt, hat immer wieder einen Fehler drin gehabt und das hat er komplett abgestellt. Nicht einen einzigen Fehltritt in dieser Saison. Dazu Platz 2 bei den abgewehrten Schüssen und 50% der Großchancen vereitelt. Also alles in allem ist das unser verdienter Platz 1. Jetzt stellt sich nur die Frage, spielt der überhaupt noch ab der Rückrunde für Borussia Mönchengladbach? Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, wie ihr das Ranking fandet und ob ihr glaubt, dass Jan Sommer das Trikot der Borussia in der Rückrunde noch trägt oder nicht. Das soll es dann für heute gewesen sein. Morgen geht es wie gewohnt weiter mit dem Team-Check, dann mit den nächsten beiden Vereinen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wann auch immer ihr das Video schaut, macht's gut. Tschüss!